E-Mail-Hesky also erstmal kommt hier das zweite Spiel so gesehen das Wasser kann sogar gar und ich hab so ein bisschen eilig weil ich muss in ungefähr 20 Minuten weg und ich bin erkältet also so bleibt deswegen ich muss nur noch einen guten Manager kaufen in der richtigen Formation ich muss mir in die Nase putzen Moment okay also dann das war ne Mannschaft und hier die Living Legend dann suchen wir uns mal ein Spiel ich werde jetzt nicht so starke Mannschaften suchen ich achte vor allem darauf dass die Teamchemie niedrig ist dass ihr auch mehr Chancen habt ich kann euch ja auch meine andere Mannschaft sagen also das ist jetzt England's Pride die habe ich mir gestern erstellt und ich habe ein neues Alternative angefangen und damit spiele ich eigentlich sonst immer online damit gehe ich jetzt richtig gut hier zum Beispiel Pierce richtig guter Verteidiger wirklich hier Hole er kann richtig gut Freistöße weil die beiden Tore er hätte jetzt Tore insgesamt 2 wie ihr hier seht und beide Tore waren Freistoßtore richtig gut dann auch hier Frank Linton Henderson Byron und 1 oder Inns richtig gute Schützen auch Hawley macht auch seine Sache gut aber das hier ist die Elite Benston er hat in 44 Spielen 77 Tore geschossen richtig guter Spieler na gut dann gehe ich mal wieder zurück ich muss jetzt langsam ein Spiel finden ich habe nicht mal viel Zeit verdammt Mann ich habe keinen Bock auf HSV jetzt habe ich nicht mehr mehr richtig eine Viertelstunde Zeit dann spielen wir halt wenn du willst Scheiße ich werde verlieren FC Invasion ist klar ja überall nur Italiener natürlich und ein Belgisch bin natürlich ich werde auf jeden Fall verlieren weil jeder wirklich jeder seine Spieler passt in seine Formation verdammt ich werde das komplette Spiel ähnlich machen können spielte nur mit mir rum spielte nur mit mir rum KApple walker K 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 mit der ecke oder war das am schwachen schuss es gibt aber nicht so eine perfekte Verbindung sehr sehr als ein Rivalmatch einer meiner Freunde der heißt Pascal die Mannschaft des HSV und er meint das BVB und der Schleswig-Handler ach es geht den haben sie total down gemacht nur weil er nicht mehr so gut ist wie in seinen Jugendjahren Hesky ich komme an seiner Verteilung nicht vorbei es gibt es doch nicht ach Hesky man ich schwöre der ist so langsam geworden der war immer so schnell ja der war in FIFA 11 war der für sein hohes Tempo bekannt Hesky Hesky da nicht ein Hesky das gibt es doch nicht Von wenn es Therefore ich er macht doch was es gibt es geht es geht ruf amazing skills jahre da noch mehr um kermit es geht ich war es ist einfach nicht wahr Jones Turnbull Campbell Hesky Walker Hesky wird geblockt, aber er kommt trotzdem durch Oh, fast das Tor durch, Emil Hesky Wieder Ecke Wie so Luftdenker Hesky Ich wäre mal lustig, der ist voll aggressiv in Anspielern und bei Hesky gibt es natürlich immer so 8 Fresse So, ja, Hesky ist voll gefährlich, halt was hier von den Pferden Lee Hesky Oh, sehr schön Hackpass von Hesky Ah, schade, da wäre Hesky fein durch gewesen, aber da ist er noch ein Verteidiger in sich Der den Ball abschiebt Und schade, da hat mein Spiel auf den Ball gerührt Oh, dankeschön Hesky Hesky Von folgende Werteidiger Und wieder wunderschön Hackenpass von Hesky Okay, Hesky ist gar nicht so gut Aber ist auch nicht so schnell Lee Walker Campbell Ach, Mann Und wieder wunderschön Und wieder wunderschön Hesky am Ball Ah, wieder geblockt Also wieder mal, genau wie im letzten Spiel ist mein, äh, mein Ziel für dieses Spiel Ein Tor mit Hesky machen und gewinnen Ja, gut, gewinnen Optional, aber ein Tor mit Hesky machen Weil es gesagt, ein Tor machen wäre auch nicht schlecht Ich weiß, ne Oh, warum sag ich mal auch weiße Das sag ich mal sonst nie Jones Lee Immer wenn ich den Leser muss ich am Generally denke, da ist ein Rock Lee von Naruto Ja, er kommt durch Ja, ich hab's verstanden Wir gehen ein Viertel nach Lee Ah Und was will da eigentlich durchkommen Turnbull Kempow Hesky Kein Rabona Hesky Mann Lee Ich will meinen normalen Pass Ich hasse Rabona Pässe Kempel Komm doch durch Es gibt's doch nicht Mann Lee Ich verkrampfe hier noch was, ey Erste Halbzeit vorbei, immer noch 0-0 Ich hab nur noch 8 Minuten Zeit bevor ich los muss Ich muss das jetzt entscheiden Aber nicht indem ich verliere, sei ich gleich Niemand bringt mich zu Fall Nein, Hesky Hey Er hat das Spiel wieder kurz gestockt Wegen dieser scheiß Hinterleiter von den Typen Shit Ich hab's auf jeden Fall leichter vorgestellt gegen den Typen Okay, einmalseits Die Chance gegen den Typen ist eh nicht so anders als bei mir Weil er hat ein besseres Team als ich Und dieselbe Team Chemie Er macht schon wieder Rabona Pass Hesky, du hast es doch noch nie so mit Tricks gehabt Warum machst du es dann jetzt? Hesky, auf Walker! Ah, wieder ein zaghafter Schussversuch Jones Campbell Hesky Und der Ball wird abgenommen Verdammt Hesky Campbell Hesky 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 Also, von letztens Spiel meine ich Also, vom letztens Spiel meine ich Ich werde das Video gar nicht holen Ich werde einfach nur das Tor am Ende einblenden Hesky 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 Aber es war ein bisschen zu weit Hesky Hesky es geht der kostet mir alles aus der verteidigung und alles optional der kommt bei mir immer durch weil ich nicht so der beste verteidiger wird aber fünf Minuten Zeit lie ja mal wie Eiskarte zwischendrät verdammt er ist durch wir haben gewonnen er ist jetzt mal kein Tor gewonnen und wir haben trotzdem gewonnen sie wird abgebrochen wahrscheinlich hat er einfach das Spiel minimiert passiert mir auch oft genug aber das war kein fairer Sieg darum blende ich jetzt einfach mal das Tor von Hesky ein also viel Spaß heute und bis zum nächsten Mal er kämpft Hesky ja Hesky just got against what you gonna do Hesky mit dem Tor Emil Hesky oh jetzt beim Mauskörser Bild ich glaube durch D-X-Tol sieht man das eh nicht aber er ist geschafft Hesky hat das Tor gemacht unglaublich Emil Hesky mit dem Tor sie